Musik Was für Leute, mein Name ist TeddyJazz, willkommen back zu einem neuen Roblox Video. Nun, wir sind zurück und wir spielen heute ein Spiel, was Shopping Card irgendwas heißt. Also wir gehen quasi hier hin und dann haben wir einen Shopping Card, wie ihr sehen könnt. Und normalerweise nutzt man die zum Einkaufen, wenn man ein normaler Mensch ist. Wir sind aber nicht normal. Wir machen Sachen, die andere Leute für komisch halten. Das ist halt so, okay. Ich hab's kurz gespielt, um zu wissen, wie es geht. Aber jetzt müssen wir drücken, dann bekommen wir mehr Schwung. Und dann nochmal. Let's go. Und dann können wir in die Luft noch steuern. Ziehen wir mal rein. Und wir kommen an. Und dadurch bekommen wir Geld. Und momentan ist die Erfährung 3148 und höher 702. Schon nicht schlecht. Und das gibt über 1000 Geld. Nice. Okay. Dann können wir jetzt hier, äh, sagen, upgraden. Ich hab noch nicht genug Geld, leider. Leider. Aber ich werd mir wahrscheinlich, ähm, ich werd wahrscheinlich Robux ausgeben. Lass mal gucken, was es hier gibt im Shop. Uh, eine Million, okay. Ich würde sagen, ich gebe vielleicht das sogar aus. Das würde ich vielleicht auch ausgeben. Aber ich warte noch, weil... Ähm, das Ding ist, je weiter wir kommen, desto mehr Geld bekommen wir. Perfekt starten. Das könnte ich holen. Stil 25%. Aschein gibt's sogar Tricks hier. Was? Du bist so sehr fehlgeschlagen. Kann ich mir das holen? Uh, mal 25% Multiplayer. Let's go. Nur einmal oder dauerhaft? Äh. Ich hab keine Ahnung. Nur einmal oder dauerhaft? Bro, ich bin so verwirrt. Egal. Dann let's go, würde ich sagen. Genau, genau, genau. Und jetzt? Äh, boom. Let's go. Okay, lass uns sehen, wie weit wir kommen werden. Boom. Das war ganz gut. Und komm ich jetzt weiter? Ich bekomme ja mal 25% Multiplayer. Aber ich weiß nicht, ob das so bleibt. Ich bin mir dann noch ein Noob, so wie es aussieht. Na super. Okay, wir kamen nicht so weit wie am letzten Mal leider. Uh, das ist ein Stück Kaffee, wie so auch immer. Wie geil habe ich das bekommen? 5000. Äh, bekomme ich nicht irgendwie mehr dafür. Tricks. Uh, let's go. So, ja, hier wird immer angezeigt, was man upgraden kann. Ähm. Kostet 3000 Münzen. Supersprung. Ah, let's go. Nice. Wir haben Supersprung bekommen. Episch. Aber trotzdem wurde es mich gerade. Warte mal. Ich hab das... War das nur für einmal? Und Perfekt Start ist auch nur für einmal. Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich nur für einmal. Also ist nicht so geil, muss ich sagen. Okay. Wieso ist das eigentlich so schnell? Ich brauch so schnell sein. Okay. Okay, und... Badaboom. Let's go. Und jetzt... Badaboom. War das gut? Ich hab keine Ahnung. Höhe... Okay, Höhe ist nicht so gut. Entfernung ist aber ganz okay. Au. Au, au, au. Oh, oh, oh. Wir fahren noch. Okay. Anscheinend können wir gegen nichts kommen. Das ist das Gute. Viel Geld bekomme ich. Nicht so viel, oder? Kann ich so überspringen? Ähm... Ich brauch mir etwa 3000 jetzt. Freunde? Nee, die... Auf keinen Fall. Okay, ich mach's nochmal. Und dann scheide ich euch Leertaste drücken. Und versuchen dann weiterzukommen. Okay, lass mal sehen. Gib Gas. Gib Gas. Bäm. Das war nicht so gut, leider. Das war leider nicht so super. Bäm. Oh, das war aber besser anscheinend. Ja, 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 ja. Okay, Tricks. Whee. Ey, kann ich so öfter machen mit den Tricks? Das würde mich mal interessieren. Ähm, ja, du hast wieder irgendwie vergessen, tatsächlich. 5000 Münster. Irgendwie bekomme ich so wenig Münzen dazu. Wieso? Das ist merkwürdig. Ich glaube, ich würde wirklich noch was ausgeben. Warte, ich probiere es nochmal. Schwung ist ganz okay. Kann man sich mit sehen lassen. Starten. Und jetzt springen die Zeit. Yeah, let's go. Das ist mein Trick. Ziemlich lame. Oh. Oh. Oh, das passiert. Also, wenn man den Trick... Oh, ich bin tot, oder? Äh. Was? Wie viel Geld habe ich dazu bekommen? 114. Also, ja, man darf es mit den Tricks nicht übertreiben. Höpf. Nice. Das war gut. Und... Oh, das ist schnell. Bam. Let's go. Und jetzt mach die Tricks. Mach die Tricks. Mach die Tricks. Mach die Tricks. Mach Tricks. Noch einmal. Einmal noch. Let's go. Woo. Okay. Viel Geld gibt es. Viel oder wenig? Äh. 7000 habe ich nur. Also, keine Ahnung. Wie bekommt man hier so wenig Geld dazu? Das ist irgendwie nervig. Ja, ich kann mir auch nichts leisten. Also, ganz ehrlich. Ich werde mir ein bisschen was holen, würde ich sagen. Münzen. Was ist das für Kaffee? Okay. Ähm. Was tut das? Ah, der gibt mir wahrscheinlich den Kick, ne? Wahrscheinlich. Ups. Drei-Fach so wie München für drei Robux. Das geht eigentlich voll, oder? Slow-Mo. Multiplikator. Rabattkarte. Extra Glück. Kanon statt Teleportieren. Schalten Sie die Fähigkeit frei, sich zurück zu früheren Karten zu teleportieren, die du freischaltest. Automatisch öffnen. Was öffnen? Alle deine Skin-Pakete automatisch öffnen zu lassen. Ich wusste nicht mehr, dass es die Skin-Pakete gibt, aber... Weißt du was? Ich werde das mal... Wie viel geschlagen. Hallo, kauf das. Wieso geht's nicht? Na gut, da kauf ich immer dreimal so viel Münzen. Ich glaube, das würde auch ganz gut sein. Kanonstart. Ja. Schalten Sie die Kanonfähigkeit frei. Ja, okay. Das mache ich vielleicht irgendwann mal in so zwei Jahren. Ich will erst mal sehen, wie ich bekomme mit dreimal so viel Münzen. Das sollte von Anfang an okay sein. Also... Ah, das ist hier das hier, ne? Ja. Okay, verstehe. Okay, ich bekomme jetzt dreimal so viel Geld. Also das heißt nicht, dass ich weiterkomme oder so, aber ich bekomme auf einmal dreimal so viel Geld. Geben wir mal Tricks, Bro. Geben wir mal Tricks. Das ist nochmal. Let's go. Okay. Also, ich habe aus den Tricks einfach gelernt. Und? Das gibt wie viel Geld? Uh, nicht schlecht. 12.000 haben wir jetzt. Ist okay. Ist okay. Wir können aber hier zwei Sachen verbessern. Kleine Rakete packt einen gemeinen Schlag. Einfacher Wagen. Einfacher Wagen. Ach, nee, warte. Wir können nur das hier. Süßigkeitsräder. Diese Räder sind süß. Äh, okay. Ich würde lieber so eine kleine Rakete. Als süße Räder. Ich glaube nicht, dass mir süße Räder viel weiterhelfen wären, Bro. Ah, wir haben jetzt wortwürdig eine Rakete. Aber wie kann ich sie benutzen? Äh, wieso kommt das jetzt? Hallo? Okay, das ist random. Ja, gib Gas, gib Gas. Bäm. Easy peasy. Woo. Und Bäm. Okay. Let's go. Uh, das ist schon mal ein Rekord. Das ist schon mal ein Rekord. Noch einmal, noch einmal. Wir haben Kaffee bekommen. Und was bringt Wasken? Nein. Oh mein Gott, das war knapp. Alter, neue Gegend, Bro. Let's go. Okay, auf geht's auf ein neues. Die anderen geben auch Gas. Und jump. Ah, war mittelgut. Mittelgut leider nur. Bada bang. Und jetzt macht Tricks. Let's go. Let's go. Okay. Bin ich gut dabei oder nicht? Ich kann doch auch mein, genau das Teil steuern. Also ich verstehe das, wenn wir nicht so gar nicht so... Warte mal. War das halt das am letzten Mal? Ich glaube sogar ja. Uh, wie viel Geld haben wir bekommen? Krass. Alter, 4000. Let's go. Okay, wir können neue Tricks holen theoretisch. Aber ich glaube, ich werde das mal das andere kaufen. Obwohl, bringt mir das was? Kostet. Bist du sicher? Nein. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde lieber das andere holen. Das ist besser, glaube ich. Und zwar... Äh... Jet Treibstoff. Das klingt gut. Ich mag mein Jet. Hallo? Achso, jetzt. Ah, nice. Guter Schwung. Sehr guter Schwung. Gefällt mir. Bäm. Uh, jetzt mach Tricks. Mach paar Tricks. Bro, let's go. Uh, Kaffee. Ah, pass auf, wenn wir es bekommen. Noch einmal. Einmal geht noch. Einmal geht noch. Einmal geht noch rein. Zwei wären besser. Am besten wären drei. Keine Ahnung. Ich habe das Lied mal irgendwo gehört, okay? Mehr weiß ich leider nicht. Viel Geld? Viel Geld war das? Ich habe nur 6000. Okay. Nicht so viel leider. Ich muss 10.000 sparen. Also ganz ehrlich, ich will euch überlegen, ob ich mir sogar das Tutorial hier unten links das hier angucke. Ich glaube, ich mache das sogar. Falls ihr irgendwas übersehen habt, weil ich sage, in diesem Spiel kann man doch jedenfalls alle Tricks gebrauchen. Äh... Nach vorne. Oh mein Gott. Let's go. Uh. Ich glaube, wir sind aber gut gelandet, oder? Und ich habe noch einen Kaffee bekommen aus dem Grund. Okay. Und viel Geld war das? Ja, ich habe wieder 10.000. Okay, das bedeutet, Leute, ich kann mir jetzt den nächsten Trick holen. Oder das hier. Egal, ich hole mir einfach den nächsten Trick. Ja. So, und das macht was genau? Drücke U, J. U und J? Okay. Iron Man. Äh, kann ich gedrückt halten? Ach, Hold. Ja, ich würde ihn gerne ausrüstung. Achso, ich kann beide. Das ist komisch. Äh, das gibt mir aber mehr Stil tatsächlich. Handstand. Okay, U und J. Ist schon ein bisschen merkwürdig, aber ich probiere es mal. Also, es ist eher so ein Spiel. Das spielt man eher mit, ähm... Mit Maus und Tastatur. Das ist quasi das Ding. Beziehungsweise ohne Maus. Mit Tastatur, meine ich. Okay, passt auf, Leute. So, Bäm. Und jetzt, macht den Trick. Hallo? Und J, ich drücke noch. Ich drücke Wortwürdig, Leute. Leute, ich schwöre. Oh mein Gott, was geschieht hier gerade? Hä? Warte, zum einen kam ich jetzt weiter. Schön und gut. Aber, es hat nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, wieso. Okay, meine Frage ist jetzt viel Geld bekomme ich, weil ich glaube... Ich habe zwar keine Tricks gemacht, aber... Ja, war ganz okay. War ganz okay. Ich werde es nochmal probieren. Weil, irgendwie ist es komisch gewesen gerade. Bäm. Let's go nochmal U und J. Ja. Yeah. Let's go. U plus J. Sag das doch. Ich meine, hast du theoretisch. Ja. Oh nein. Nein. Wie könnte das passieren? Jetzt werde ich jetzt noch lange sliden. Alter, bin ich noch in so einer Art Ragdoll? Wieso slide ich so komisch hier lang? Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ist mir unangenehm ein bisschen. Warte mal, ich frage mich gerade, ob man sein Bike irgendwie auch noch ändern kann. Das würde mich mal interessieren, tatsächlich. Weil, ich meine nicht mein Bike, sondern mein... Mein Dings-Tabum ist da, ihr wisst schon. U plus J. Nein, mach doch. Hallo. Geht doch. Oh mein Gott. Und jetzt, äh... Nein, bleib in Position. Ah, das müsste gut sein. Ja. Okay, das war ein bisschen komisch. Aber es hat funktioniert. Wir kamen aber gar nicht weit, leider. Okay, lass mal das hier upgraden. Nice. Äh, schaltet dann 8-3. Hm. Okay, verstehe. Na gut, werde ich bestimmt irgendwann mal. Geh ich mal von aus, hoffe ich mal. Wird mein Fahrzeug eigentlich anders? Kann ich hier nicht irgendein anderes Fahrzeug holen? Ich glaube nicht, ne? Äh, ich glaube tatsächlich nicht. Aber teleportieren. Wir haben auf jeden Fall... Hä? Was? Kostet 1000 Kaffee? Oh. Also wir können... Können wir auch zum... Annehmen, weil jetzt sind wir gerade, ne? Alle freischalten. Ich mach mal. Alle sind jetzt freigeschaltet. Lass mal zum Mond gehen. Wow. Haben wir jetzt ein anderes Bike? Nö. Das kann ich irgendwie anscheinend nicht ändern. Das ist echt komisch, Leute. Das ist sehr merkwürdig. Frag mich nicht, ob wir mehr Geld bekommen. Hop in. Bam. Let's go. Also, ich würde schon gerne eine andere Fähigkeit haben. Nur um, äh... Warte, warte, warte. Oh mein Gott. Chill. Alter, meine Räder sind irgendwie anders. Oh Gott. Was war das? Okay. Bitte sag mal, hier gibt's nicht mehr Geld oder so. Jetzt ohne Scheiß, das würde ich echt zu schätzen wissen. Gibt's nicht mehr Geld oder habe ich es umsonst geholt? Oh. Es gab schon ziemlich viel Geld. Aber ich glaube nicht, dass es mehr gab. Ich bin verwirrt. Lass mal in den Himmel gehen. Da will doch jeder hin, oder nicht? In den... What? Bro, der Himmel ist episch. Damn, bro. Der Himmel ist episch. Da will ich hin. Okay. Bam. Let's go. Und der Bam. Okay. Uh, perfekter Start. Alter. Bro, da ist der Himmel so episch. Oh no. Uh. Ich soll das hier jetzt mal rein. Alter, wir haben ja Kaffee bekommen, glaube ich. Damn. Im Himmel gibt es Kaffee? Bro. Da muss man hin. Wenn es im Himmel Kaffee gibt, dann. Wow. Okay. Wir werden erstmal... Tricks. Ja, wir wollen einen neuen Trick holen. Handstand. B und H. Bro. Kannst du mal aufhören, mir... Okay. Wir machen es. Wir machen es. Ist ja okay. Ist ja okay. Äh. Haben wir es ausgerüstet? Ich glaube ja, ne? B und H. Meinetwegen. Ich probiere es. Lass uns doch probieren, woanders hinzugehen. Was gibt es denn hier alles? Hölle. Okay. Gibt es hier auch Kaffee? In der Hölle? Würde ich ja das hier jetzt ohne Scheiß? Okay. Erstmal geben wir Gas. Hier ist einfach mal keiner. Ich glaube, das sind einfach nur Stille, Leute. Okay. Aber ich mag die... Ey, die Hölle ist gar nicht mehr so schlecht. Wer hat die Hölle schlecht geredet? So. Okay. Pass auf. B und H. Wuuu. Let's go. Oh. Scheiße. Alles gut. Gibt es hier Kaffee? Äh. Nein. Doch. Hier gibt es auch Kaffee. Wow. Hey. So schlecht ist es da gar nicht. Okay. Nice. Wir haben es gemeistert. Ja. Ich kann einen Freund einladen. Wie gesagt. Das wird nix. Wir sind immer noch ein Noob leider. Okay. Teleportiert. Was gibt es? Wo war ich noch? in der Wüste? Wow. Alter. Sind wir in Ägypten, Bro? Das ist episch. Hallo. Ich will das nicht. Lass mich in Ruhe. Ich werde belästigt, Leute. Genau. Tutorial. Ich glaube, ich werde mir das jetzt nochmal durchlesen. Ich war jetzt ein bisschen spät. Sehr spät sogar. Aber ehrlich gesagt. Denke ich mal, kann mir das verzeihen. B und H. Oh. Let's go. Okay. Und. Ja. Also ja. Irgendwie. Das Spiel ist echt interessant. Aber irgendwas fehlt bei dem Spiel. Vielleicht, dass man neue Wagen holen kann. Das ist halt irgendwie so ein bisschen ärgerlich. Irgendwas fehlt hier einfach. Findet ihr nicht auch? Dass es so ein richtig gutes Spiel macht. Es ist interessant, das Spiel. Aber. Da irgendwas fehlt. Weil wir haben so viele Münzen. Können wir uns noch was im Shop holen? Ähm. Warte. Wir können hier auf jeden Fall das hier holen für Robux. Interessant. Und Pakete. Aber. Wo kann ich nochmal upgraden? Ach so. Also man schaltet nur die Welt frei. Okay. Man schaltet also nur die Welt frei, wenn man wirklich zum Ende kommt. Verstehe. Verstehe. Okay. Let's go. Einmal machen wir noch, Leute. Oder zweimal sogar. Okay. Okay. Nochmal B und H. Handstand halten. Ja. Das ist aber das Problem hier. Jetzt hier ist mal dein. Also. Keine Ahnung, wie ich noch vernünftig lande. Oh. Da ist noch Kaffee. Und wir können. What? In der Hölle kann man auf Lava gehen? Oh mein Gott. Nice. Wie geil gab es? Also. Es gibt nicht mal mehr Geld, wenn mal eine neue Welt kommt. Also. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ob ich irgendwelche unmöglichen Erwartungen habe. Aber. Ja. Ja. Holen wir das hier. Aber gut. Leute. Wisst ihr was? Ich werde das Video mal stehen lassen. Also. Ich denke mal. Wir kommen immer wieder hier an. Was soll ich denn hier machen? Soll ich vielleicht auf die Pfeile drücken? Was wollt ihr denn von mir genau machen? Oder was wollt ihr von mir genau? Keine Ahnung. Was die genau von mir wollen. Das ist so komisch. Also. Ja. Kein Plan. Leute. Das war's für das Video. Für mehr Roblox. Das war oben da. Abonniert. Und bis zum nächsten Video. Bye. 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 Bye.